Willi Herren ist am 20. April 2021 verstorben und seitdem hat sich seine Witwe Jasmin Herren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt meldete sie sich mit einem längeren Statement auf Instagram zurück und richtete sich mit bewegenden Worten an ihre Fans. Dabei erklärte sie, wie Express berichtet unter anderem, dass sie in der schwersten Zeit ihres Lebens sei und die Situation noch immer nicht vollständig begriffen hat. Gleichzeitig bedankte sie sich und verriet, Gerade wegen all des Zuspruchs habe sie unbedingt einen Dank aussprechen wollen, weil sie viel Kraft daraus ziehen konnte. Dazu erklärte sie, Und so kann man Jasmin Herren nur weiter ganz viel Kraft wünschen und hoffen, dass es ihr schnell wieder besser geht.